Nördlich der Donau Richtung Tschechien beginnt der Bayerische Wald. Die Wäldler, so heißt es, sind ein eigener Schlag. Bodenständig, heimatverbunden und noch ein bisschen kerniger als die übrigen Niederbayern. Auch sprachlich hat man sich nicht unnütz angepasst. Servus. Ist ja auffällig geworden, oder? Ist ja schlecht benommen. Was ist denn da hier vorne? Da seid ihr Radar oder was denn? Nein, wir machen Filmaufnahmen. Vom Bayerischen Wald sind wir jetzt gerade angefangen. Sind Sie echter Waldler? Ja, ich bin halt von da. Echter? Geboren. Ich bin ja schon geboren. Ja, ich glaub schon. Ja, aber schön ist das Bayerische Wald, gell? Also muss man schon sagen. Ich weiß doch, ich seh so, wei. Jetzt weiß ich nicht, es scheuen viele Leute an den Urlauber zu, da können die sagen, das ist schon schein und alles. Es ist wie ein Wälderberg oder drei Sessel überall miteinander. So. Sie nehmen das gar nicht mehr wahr, oder? Nein, ich nehme das nicht so mehr. Ja? Ja, ich seh so, wei. Ja, ja. Auch eine schöne Landschaft, da kann man nix sagen, oder? Mhm. Wo fahren Sie denn in den Urlaub hin? Urlaub? Ich? Niergends. Ich bin auch weiter heimt. Ja? Ja. Ist das so eine niederbayerische Eigenschaft, oder? Dass man gerne daheim bleibt? Ja. Bei mir ist das schon so. Ja? Ja. Jetzt zieht es ja nicht mal ins Meer oder so was. Nein, nein. Vielleicht mal irgendwo, wo ich Beeren, Affe und Fürchen sehe, den Almabtrieb. So eine Dreiezeige würde mich interessieren. Aber jetzt ... Ins Allgäu zum Beispiel? Ja, so um 6. Aha. Aber es war ja nicht so weit, oder? Ja. Ja, ja, ja. Aber da bin ich auch noch niederhig gekommen. Ja? Ja. Ja. Ja.